Hey, ich weiß, ich hab mich schon wieder seit drei bis über einen Monat, Wochen, was? Nicht gemeldet, aber ich bin einfach ein Kind, das ein bisschen sehr faul ist. Aber ja, ich komm jetzt auch mit dazu, die Frage zu beantworten. Nämlich ist die Frage aufgekommen, wie ich auf die Idee gekommen bin, mir diesem ganzen seltsamen Zeug hier anzufangen. Und das ist leider keine allzu spektakuläre Geschichte. Im Grunde genommen kann man einfach sagen, dass ich es liebe zu Schauspielern, aber hier nicht wirklich in meinem kleinen süßen Kaff. Nicht wirklich die Möglichkeit habe zu Schauspielern. Klar, wir haben Schauspielgruppen, aber die eine ist auf Plattdeutsch und die andere ist hier nicht so meins. Und ich mag es auch irgendwie nicht, wenn man mir zusehen kann, wie ich Schauspielere. Also, ich meine, weil in meinem Zimmer, wenn ich halt diese Let's Reads aufnehme, da muss ich halt nur auf meine Stimme achten. Mein Gesicht verziehe ich da aber automatisch mit. Aber in der Regel ist es halt nicht so, dass ich da halt dann mit dem ganzen Körper schauspielere. Und demnach fand ich, dass das eine ganz gute Alternative war. Wobei diese Abneigung gegenüber des Schauspiels, bei dem man sehen kann, wie ich halt auch mit dem Körperschauspieler, der sehr später kam. Aber das führt eigentlich eher dazu, dass ich es bevorzuge, halt noch mehr bevorzuge, einfach nur Let's Reads zu machen, könnte man sagen. Also vor einigen Monaten oder es war eigentlich, glaube ich, sogar schon ein halbes Jahr bis ein Jahr her, dass ich halt aktiv Let's Reads von It's Easy gesehen habe. Und da dachte ich mir halt, bevor ich angefangen habe, halt regelmäßig Let's Reads hochzuladen. Regelmäßig, ja. Da habe ich halt durchaus schon mal die Idee gehabt, so, jo, mach das doch einfach. Aber ich wusste nicht, dass es das ja wirklich gibt, sowas wie Let's Reads, denn ich wusste wohl, dass es Let's Plays gibt. Aber ich habe nicht wirklich daran gedacht, dass es das ja wirklich gibt, weshalb ich auch, vor allem bei den ersten Sachen, die ich hochgeladen habe, die mittlerweile nicht mehr hochgeladen sind, weshalb ich da auch Hörbuch zugeschrieben habe und nicht Let's Reads. Und das habe ich bis heute so behalten, weil ich dachte so, jo, Let's Read passt da irgendwie nicht gut rein. Also vom Optischen her, lass da einfach mal Hörbuch stehen. Und jetzt steht halt immer noch Hörbuch und nicht Let's Read im Titel der Let's Read Parts. Aber, passiert. Wobei, ich muss halt auch sagen, dass ich finde, dass Let's Read eher das ist, wenn man halt zusammen liest. Also wenn ich zum Beispiel jetzt halt lese und währenddessen das kommentiere oder so und, oder halt mit euch lese, sage ich jetzt mal. Also, dass ihr halt live dabei seid. Aber, das ist jedem das Seine. Ich bin, was sowas angeht. Ja, kein Glückscheiße, aber ich nehme das ziemlich genau. Denn Let's Read klingt für mich halt einfach dieses, lass uns lesen, als würden wir gemeinsam als Gruppe lesen. Tut mir leid, ist etwas so. Aber jedem das Seine. Ja, dann habe ich halt irgendwann gesehen so, ach warte mal, diese Let's Reads gibt es wirklich? Dann habe ich halt angefangen, von It's Easy so ein paar Sachen zu hören, sehen, schauen. Und dadurch kam was an, dass ich dachte so, jo, wenn es das wirklich gibt, kannst du es ja auch machen. Aber tatsächlich war weder Sunpens Faceless noch Way of Life mein erstes Let's Read, das ich auch gelernt habe. Denn davor war noch Neuanfang, das war eine entschieden Paddle-Fanfiction, vor allem mit dem Apple-Wide. Und ja, dadurch kam das. Aber, wie gesagt, im Grunde genommen, ich schauspielere einfach nur gerne, Apple-Magic sich wie man mir dabei zusieht. Und ich hatte ja nie wirklich eine Schauspielmöglichkeit, weil ich in der Schule auch nicht mitgemacht habe. Da hatte ich keinem Wasser, dass ich mir dachte so, ich lese aber voll gerne. Dann kann ich das ja vorlesen und aufnehmen. Wobei ich den Vorlesewettbewerb in der 6. Klasse ziemlich verkackt habe, weil ich da einfach nur gelesen habe, aber überhaupt nichts betont habe. Mittlerweile kann ich nicht mehr lesen, ohne irgendwas zu betonen. Manche Leute kostet es an, dass ich, auch wenn ich normal rede, das halt einfach betone, als würde ich vor einer Kamera stehen. Und ich dachte mir auch nur so. Ich doch nicht. Aber, naja. Das war auch eigentlich schon wieder alles, was ich dazu zu sagen hatte. Ging trotzdem um die 5 Minuten. Im Vergleich ist es echt wenig, wenn ihr wüsstet, wie ich das schon aufgenommen habe. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass als nächstes ein Video zu meiner Meinung bezüglich Fanfictions kommt. Es ist nicht so dramatisch wie die Frage, ob ich ein Fangirl bin. Aber es ist ein wichtiges Thema, okay? Im Grunde genommen hatte ich einfach nur Bock, mal ganz kurz klarzustellen, was Fanfictions überhaupt sind. Es ist eben keine gott und schlecht geschriebene, nullrecherchierten Fanfics sind. Jedenfalls würde ich sagen, ich bin offen für weitere Vorschläge, worüber ich reden soll, was für Fragen ich beantworten soll, keine Ahnung. Wenn es halt mehrere Fragen sind, kann ich die halt auch alle in einem Video beantworten. Aber kommt drauf an, wie viel ich wieder an Scheiße rede. Denn ich habe auch nicht vor, jedes zweite Wort von mir rausschneiden zu müssen, nur weil ich zu dumm bin, um mich kurz zu halten. Aber naja. Dann würde ich sagen, schaut bei den anderen Videos vorbei, lasst Vorschläge, oder Fragen, Ideen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr wüsstet, wie sehr es mich stört, dass ich hier meine normale Abmoderation nicht sagen kann. Es ist so unfair.